Hallo, mein Name ist Steffi. Thema des heutigen Films lautet Chlorophyll und Wellenlänge. Zunächst klären wir, was Chlorophyll ist und wo wir es in der Pflanze finden. Dann betrachten wir gemeinsam die chemische Struktur der Chlorophylle. Anschließend erkläre ich dir die Funktion der Chlorophyll-Bauteile. Als nächsten Punkt erkläre ich euch die Wellenlängenbereiche des Lichts, die für die Photosynthese wichtig sind. Im Anschluss klären wir die Frage, warum Pflanzen grün sind. Am Ende des Films erhaltet ihr eine Zusammenfassung. Das Chlorophyll ist der grüne Blattfarbstoff in den Chloroplasten. Es ist wichtig, dass wir den ganzen Film und viele weitere findest du auf www.sofatutor.com. Über 7000 Lernvideos erklären dir, was du für gute Noten wissen musst. Tests überprüfen dein Wissen nach jedem Video. Echte Lehrer helfen dir im täglichen Live-Chat sofort bei deinem Problem. Du kannst außerdem Privatstunden bei deinem persönlichen Online-Tutor buchen, um tiefer in ein Thema einzutauchen. So helfen wir dir, deine Zensuren ohne großen Aufwand zu verbessern. Probiere es am besten sofort aus. Auf www.sofatutor.com Triefer in den Moment 4 5 2 6 1 1 2 2 3 4